So Freunde, wir sind back mit einem sehr unkonventionellen Video, hat sich jetzt spontan im Stream ergeben. Wir fahren Face-to-Face-Rennen, wir versuchen gerade noch die Lobby voll zu bekommen, hoffen wir mal, dass es spaßig und gut wird. Das wird halt das erste Video mal wieder, seit langem, damit sich das halt mal wieder etabliert, dass wir öfters Videos hochladen auf dem Kanal. Oh, geile Crewfarbe, man. Ey, wenn ihr könnt, dann nehmt die Crewfarbe, damit ich weiß, wer ihr seid. Also, es könnte sein, dass ich euch wegkicke. Also, dann würde ich ein bisschen mehr Acht nehmen oder euch extra kicken, das ist auf eigene Gefahr. Okay, ihr habt, achso, ihr habt eigene Fahrzeuge, okay. Shit. Oh mein Gott. Oh. Nein! Okay, okay, es läuft noch okay bisher. Bitte kein Ramp-Buggy oder so. Junge, wer ist dieser Tutti, Mann? Okay, bisher geht jeder irgendwie hin und her die ganze Zeit, ne? Oh shit, jetzt wird es langsam. Nein! Ich wusste es, nein! Okay, okay, ist noch, wir sind noch, oh mein Gott, jetzt kracht es aber. Wir sind noch gut dabei. Der Typ wurde ja komplett auseinandergenommen. Ah, duper, duper, oh. Junge, schnippi. Warum? So ein Vollidiot, ey, so verdient, ne? Oh mein Gott, Ramp-Buggy. Wieso ist Kev erster? Oh oh. Die Leute sind hier zu lieb zueinander. Nein, ey, das ist unfair. Ihr habt den Devast 8 mit HSW, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so glücklich gerade. Das war das beste Rennen, ich erinnere mich noch. Das hat so, boah, ihr habt mich so auseinandergenommen in diesem Rennen, ich erinnere mich noch daran. Der Typ hat einfach aufgeholt. Die Farbe ist so schön. Jetzt weiß jeder genau, wer ich bin. Geil. Bro, ich habe ihm einfach geholfen. Das ist sehr gut gerade. Also ich habe echt Glück. Boah, jetzt, ich habe, ich hätte nichts sagen sollen. Was passiert denn da, Mann? Okay, dann werde ich auf jeden Fall nicht wegrammen. Wie auch? Wie soll ich denn noch wegrammen, wenn ich selber weggerammt werde? Es passiert einfach nichts. What the freak? Okay, ich nehme alles zurück. Oh nein, das war doch den Tschernoburg. Nein! Paul, dass du nicht runtergefallen bist, das ist so lächerlich. Ich gönne dich aus ganzem Herzen. Als ob der Typ fertig ist. Ah, du wolltest mich mit dem Booster wegkauen. Das hat nicht geklappt. Bitte nicht. Nein! 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 Oh mein Gott, Karma. Oh mein Gott, bitte. Bitte. Juuu, hier, oder was noch? Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geschafft. Boah, das war jetzt am Ende nochmal sehr knapp. Gigi Gigi ist an der Stelle. Aber ich bin sehr gespannt, wie ihr euch schlägt. Das war ja mal so asozial. Das wird komplette Zerstörung. Also das wird hart. Nein Caddy? Okay, das ist natürlich... Aber cool. Also ich finde es trotzdem cool. Aber okay, alles klar. Dann doch kein Caddy. Danke, dass ich auswählen durfte. Gut, dass ich den Boost angelassen habe. Also jetzt... Das wird wirklich, glaube ich, die absolute Zerstörung. Hallo. Wo ist überhaupt der Checkpoint? Was ist das denn? Wir sind die einzigen einfach, die das verkackt haben. Ich meine, ihr seid alle so auf Easy Mode unterwegs, man. Wer war das? Wo ist der Typ? Wo ist der? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Panzer ist ja... Nein. 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 Wie soll man da durch? Ey, das ist so eine Verarsche jetzt. Also mir bleibt ja nichts anderes übrig, als zu fahren und mein Glück zu versuchen. Oh Mann, ich dachte, ich habe es geschafft. Wie? Warum ich? Das ist jetzt... Also jetzt wird es lächerlich. Oh. Super, doper. Ich habe überlebt. Oh. Oh. Ich habe zu früh gesprochen. Da habe ich wieder zu früh gesprochen. Ich weiß es nicht. Oh shit. Backflip. Nein. Jawohl. Tschüss. Einfach ein Dritter. Nein, bitte. Nein. Oh nein. Oh. Oh mein Gott. Ja. Ja. Es tut mir leid, Leute. Ich mache das nicht extra. So. Nein. Nein, 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 nein. Bitte. Bitte. Nein. Mein Gott. Oh Mann, es lief so gut. Wenn die anderen beiden nicht weggestellt wurden, dann, das kann nicht sein. Was? Das, ich bin einfach Sechster geworden. Ich bin einfach Sechster geworden. Das kann einfach nicht sein. Ey, das kann doch nicht angehen, Mann. Ey, ich schau die ganze Zeit so gut. Das ist so unfair, Mann. Ey, das ist einfach so typisch GTA wirklich. Es ist einfach immer dasselbe. Bis zum nächsten Mal.